Das St. Antonius-Hospital in Eschweiler Gelegen im Zentrum von Eschweiler, in der Städteregion Aachen, mit komfortablem Klinikambiente und einer freundlichen und offenen Atmosphäre. Hier verbinden wir modernste Technik mit fürsorglicher Pflege zum Wohle unserer Patienten. Das St. Antonius-Hospital verfügt über modern eingerichtete Operationssäle, die von den sechs operativen Hauptabteilungen und der HNO-Belegabteilung interdisziplinär genutzt werden. In unserer Klinik für Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie führen wir jährlich mehr als 15.000 Erstbehandlungen durch. Es werden alle gängigen Operationsverfahren der Unfallchirurgie, des Gelenkersatzes und der arthroskopischen Chirurgie angeboten. Als katholisches Krankenhaus fühlen wir uns dem Auftrag Jesu verpflichtet. Das ökumenische Team der Krankenhausseelsorge begleitet die Patienten und deren Angehörige und unterstützt so alle Abteilungen des Hauses. Die Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie verfügt über eine langjährige Tradition und Erfahrung auf dem gesamten Fachgebiet. Einen besonderen Schwerpunkt bildet neben der Handchirurgie die rekonstruktive Chirurgie. In unserem Hause gilt, die Zusammenarbeit aller Kliniken ist selbstverständlich und ein aktives Qualitätsmanagement macht die optimale Behandlung der Patienten zertifiziert messbar. In unserer Klinik für Gefäßchirurgie mit dem angeschlossenen, zertifizierten Euregio-Gefässzentrum bieten wir die gesamte Diagnostik und Behandlung der Gefäßerkrankungen an. Dafür stehen neben der modernen, apparativen Diagnostik alle operativen Standardverfahren und die minimalinvasiven Techniken mit Kathetern und Stents zur Verfügung. Die Klinik für Allgemein-, Visziral- und Thoraxchirurgie bietet ein grosses Spektrum an chirurgischen Leistungen. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Koloproktologie, ein Gebiet, das sich mit den Erkrankungen des Dickdarms und insbesondere auch des Enddarms und AFTAS beschäftigt. Die Anästhesie ist neben Narkoseaufklärung und Risikoabschätzung für die Narkoseführung sowie die Schmerztherapie nach Operationen zuständig. Patienten mit grossen, risikoreichen Operationen werden von den Anästhesisten in Zusammenarbeit mit den operativen Abteilungen auf der interdisziplinären Intensivstation behandelt. Die notärztliche Versorgung der Bevölkerung stellt eine weitere Aufgabe unserer Anästhesisten dar. Die RNR-Praxis für Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, die in den Räumen des Krankenhauses ansässig und langjähriger Kooperationspartner unseres Hauses ist, bietet für alle stationären und ambulanten Patienten sämtliche moderne Verfahren und Leistungen in den genannten medizinischen Fachbereichen an. Die Klinik für Innere Medizin versorgt alle akut und chronisch Erkrankten internistischen Patienten mit Methoden und nach Leitlinien auf dem neuesten Stand. Besondere Schwerpunkte sind die interventionelle Kardiologie, die internistische Notfall- und Intensivmedizin sowie die Dialyse. Die mit modernster Technik ausgestattete Abteilung kümmert sich in angenehmem Ambiente individuell um die Belange unserer Patienten. In unserer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bieten wir kompetente gynäkologische Behandlung und Betreuung an. Von der Geburt ihres Kindes bis hin zum gesamten Leistungsspektrum der Frauenheilkunde. In unserem zertifizierten Euregio-Brustzentrum führen wir in einem interdisziplinären Team die Diagnostik und Therapie der Brustkrebserkrankung durch. Als Bindeglied zu den an der Behandlung beteiligten Fachbereichen steht die Fachbegleiterin für Brusterkrankte während des gesamten Behandlungsablaufs der Patientin zur Verfügung. Die Klinik für Hämatologie und Onkologie bietet eine kompetente Behandlung aller gut- und bösartigen Bluterkrankungen sowie aller Organtumore. Die wöchentlichen interdisziplinären Tumorkonferenzen garantieren eine patientenorientierte, fachübergreifende Betreuung. Klinische Studien bieten darüber hinaus den Zugang zu den neuesten Therapiemöglichkeiten bei Krebserkrankungen. Unsere zertifizierte Klinik für Urologie und Kinderurologie bietet ein umfassendes Spektrum an modernen Diagnoseverfahren und Therapiemöglichkeiten. Das der Klinik angeschlossene Prostata-Karzinonzentrum ist ein Netzwerk aus Experten verschiedener medizinischer Fachgruppen und regionalen Urologie-Praxen. Es gewährleistet von der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Nachsorge optimale Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten von Prostatakrebs. Die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde wird als Belegabteilung durch regelmäßig am St. Antonius Hospital tätige Fachärzte geführt. Schwerpunkte bilden hier die funktionellen, kosmetischen sowie wiederherstellende Eingriffe im HNO-Bereich. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Patienten nach der Akutphase. So erhalten die stationären Patienten schon frühzeitig durch die Klinik für fachübergreifende Frührehabilitation eine kompetente Therapie auf höchstem Niveau, um anschließend im angeschlossenen ambulanten Euregio Reha-Zentrum weiterbehandelt zu werden. Es ist unser Anliegen, dass sie sich in unserem Haus gut betreut fühlen und menschliche Zuwendung erfahren. Dabei wird unser Personal durch die Damen und Herren unseres Hostessenservices unterstützt. Diese arbeiten ehrenamtlich und helfen unseren Patienten von der Aufnahme bis hin zur Entlassung getreu unserem Motto Wir und alle für den Patienten von der und alle für die von der FIEF ông P phrase sven foot mit